Am Kratz fängt ein Herz, in das Liederschau hinein. Jetzt sind's noch mehr Wochen zum Geburtstag des Herrn. So schei, wie ne Dei, die Weihnacht kommt gleich. Drei Kratzler, ein Adventkranz, wacher Keller des Schein. Und die Freude, und wenn die, weil die Weihnacht kommt gleich. Schon scheint, wie ne Dei, die Weihnacht kommt gleich. Schon scheint, wie ne Dei, die Weihnacht kommt gleich. Drei Kratzler, mach das heller, und der Leibs reizt sich aus. Oh, meine Mama, riecht schon so ein Rüstungshaus. Schon scheint, wie ne Dei, die Weihnacht kommt gleich. Schon scheint, wie ne Dei, die Weihnacht kommt gleich. Grüßeng zur Weihnachtsausgabe von R.Aktuell. Ich bin heute im Kindergarten in Bichlbach, und das sind unsere Beiträge. Krippenausstellung in der Zeilergalerie, Bauernadvent in Zöblen, Simone zeigt euch in Hot oder Schrott, wie man Christbaumkugeln selber macht, und in der Serie Religionen im Ausserfern stellen wir euch die neue Apostolische Kirche vor. Wer von den Kindern hat denn schon einen Brief an das Christkind geschrieben? Alle, hoffentlich, weil jetzt ist es nicht mehr lange hin, gell? Was hast du denn du gewünscht? Ein Bauernhof. Und du, Luis? Und die Leckbach. Das sind alles ganz, ganz tolle Geschenke. Hoffentlich kriegen sie die auch alle. Und wir schauen sie jetzt in den ersten Beitrag an.